Willkommen in der Fachtierarztpraxis für Klein- und Heimtiere von Dr. Andreas Böhm und seinem freundlichen Team in Bremen. Wir sind spezialisiert auf die Schwerpunkte Orthopädie, Chirurgie, Dermatologie und Tierzahnheilkunde und bieten ein breites Sortiment an speziellen Medikamenten und Ergänzungsfuttermitteln. Mit hoher Kompetenz nehmen wir uns die Zeit für Sie und Ihr Haustier. Bei Ihrem Besuch sorgen wir dafür, dass die Diagnostik und Behandlung für Ihren Liebling erfolgreich, angenehm und stressfrei verläuft. Die Funktionsräume unserer Fachtierarztpraxis im Südwesten von Bremen werden ständig auf dem neuesten Stand gehalten, um unseren Patienten eine zeitnahe und fortschrittliche tierärztliche Betreuung zu gewährleisten. Wir betreiben ein praxiseigenes Labor mit modernsten Analysegeräten. In unserer top aktuellen OP-Abteilung führen wir ein großes Spektrum an chirurgischen Eingriffen und Leistungen für Ihren Vierbeiner durch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch mit Ihrem Haustier.